Willkommen zurück zu einer neuen Folge! Let's play Bollens 2 im Koop Modus! Ja, ne? Mit, ähm, Dante! So, jetzt gucken wir! Boom! Ach, hier kommt wieder der kleine Messi bei mir von raus, ey! W-w-w-w-w-w-w! Alter, die Laborraten sind so stark, ey! Ja, die halten richtig viel aus! Stopp, da müssen wir nicht lang! Ach so! Blech meine Augen wie vor! Ah ja, stimmt, hier lang! Na los dann! Oh, da hat... irgendwer hat grad mein Schild weggewummst! Ich glaub das war ich, ne? Boah, es kommt da oben an! Ach cool, das ist auch aus dem ersten Teil! Nichts Nutz! Ui, tut da! Iridium! Ui! Hört sich doch gut an! So! Aber ist auch cool, dass man auch zwei Missionen gleichzeitig machen muss! Und nicht, dass man nur die macht, die man auch ausgewählt hat! Ja! Ja! Ey, na komm bis dahin! Ey, cool! Die geben immer Iridium, diese Viecher! Wenn die so blau sind! Oh, jetzt hab ich mich selber geschlagen! Ja! Kuppi! Kuppi Kuppi! So, platziere die Bombe! Ne, platziere Bombe! Cool! Jetzt schmiedle sie mit dem Abführmittel ein! Der Skech wird die Bombe fressen! Sie mit Galle besodeln und wieder auskotzen! Dann können sie die Tür der Bank sprengen! Klingt so... Okay, Abführmittel ist drauf! Zum Glück fressen und scheißen die Skech mit einer derselben Öffnung! Das dürfte also nicht lange... Den müssen wir töten, denn da kriegen wir Iridium, ey! Oder doch nicht! Schade! 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 Hey, da! Da hat er hingekackt! Achso! Cool! Na bitte! Skech-Gallenbombe bereit zur Bank-Sprengung! Klatsch das Ding gegen die Wand der Bank und warte auf das Feuerwerk! Ah, okay! Jetzt müssen wir wieder zurück! Jaja, warte, warte! Machen wir aber noch die andere Mission, ne? Genau! ja das ist gleich rechts jetzt ja das stimmt um der eck ist ja der friedhof kommt jetzt gleich hier raus oder halt ach ne nur eine blume platzieren ist auch gut das haben wir jetzt auch schon geschafft hier futter muss man mal gucken ob wir da schon alles haben ach so cool müssen wir nur noch füttern dann haben wir es auch schon geschafft und ist wunderbar kino dass das jetzt noch die bank sprengen wollen wir noch rechts weitergehen oder ich weiß nicht wo wir da hinkommen vielleicht kommen wir ja dann da hinten raus und können dann gleich zu dem ding und ist dann machen also weil wenn wir schon die maps haben kann doch mal gucken was wir haben und auch für jedes entdecken da kriegen wir doch auch noch ein bisschen kohle erfahrung meine ich ich will dich schlagen boom alter dieser nagkamp ist so stark bei denen wo ist das denn denn ein maulwurf wo oben lang gehen ja oder von oben da kann man kann man die auch unten weg machen und die oben weg machen ja ok stimmt wo ist der chef ich hab keine munition mehr so ne scheiße zum ersten mal dass ich keine munition hab ich hab euch im stich gelassen blablabla hahahaha wie ist denn hier für eine höhe Scheiße Danke Wollen wir mal in die Höhle reingehen? Ja, oder? So Siehst du? Das ist doch schmal Runnerskin Was war das? Runnerskin Den hatte ich noch nicht War er für dich, ja? Weiß ich nicht Ich hatte ihn auf jeden Fall noch nicht Alter, was hier aushält, ne? Ich bin jetzt von einem Lichtstuhl Schlambe 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 Insess Schlambe Sehr nice Guck mal wie das aussieht Woah Alter, richtig gefährlich Wie diese Psychopathen da war cool ein fließband egal so ich bleib einfach mal stehen oh da fliegt man ja voll weit fräsen müsste uns erstmal hier ich kann auch den machen hier wieso kannst du dich selber in die luft jagen aber es kommt mal darauf an ich habe eine blase im hals wenn ich keinen gegner treffe oder so oder es zweimal aneinander mache dann sterbe ich mitten im flug hat er mich erwischt eingelassen das ist jetzt nicht gut ich muss mich hier oder oh ja doch hier mich oh hast du das gesehen da ist nix mehr da ist wirklich nix mehr alter ne gut der weg hat sich vielleicht jetzt nicht gelohnt aber wir haben alles aufgedeckt ja das stimmt müssen wir den nicht eh noch fittern hier ja ja na klar deswegen da kommen wir den gleich fittern dann können wir ja 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 Schätze, es wird Zeit, dass du eine neue Unterkunft für ihn findest? Ey, Juni... Wollen wir ihm nochmal, dass dem kleinen Racker noch was passiert? Wir haben ja eh alle Monster hier oder alle Gegner getötet. Eigentlich schon, ne? Oh, da ist auch schon die Bank. Wollen wir ihn jetzt hinterherlaufen? Äh, ja, oder? Ich weiß drauf, lass schnell die Bank machen. Ja, okay, dann. Ich hab schnell hingelegt. Ich hab ja noch ein paar Granaten. So. Oh, wie viele Fächer hier sind. Schöne dich! Hast du die Kohle? Dann verschwinde aus der Stadt, bevor der Sheriff ihre Leute auf dich setzt. Okay, jetzt schnell, folge du Kino. Was? Ja. 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 Achso, wenn er gleich hier ist, dann passt das ja. Ach, der hat auf uns gewartet. Cool. Ja. 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 Verdammt Leute. Hört auf, die Minen auszuklündern. Ah, okay. Ich kann mir, glaub ich, schon denken. Jetzt müssen wir hier unten rein. Ah. Ah, ja, stimmt. Scheiße, ich hätte mich vielleicht mal mutig wollen müssen, dann. Ja. Ja. Danke schön. So, hier hat er jetzt genug Platz zum Spielen. Denke ich auch. Ja, das ist ein Auslauf. Ja. So, ja. Den haben wir jetzt geholfen. Äh, was müssen wir jetzt machen? Achso, Kartenausgang. Oh, wunderbar, ich dachte jetzt schon. Äh, die Bank sprengen müssen wir auch noch. Nee, haben wir. Doch, da müssen wir noch hin. Da schwinde aus der Stadt. Da schwinde aus der Stadt. Aber wir müssen da hin. Ah, jetzt müssen wir den großen Umweg laufen. Oh. Oh, nee, ne. Och, nee. Warte, 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 okay. Naja, wir müssen ja nur durchrennen, ey. Ach, das wird was, ey. Haha. Links lang. Wo willst du denn hin? Achso, weil wir müssen da lang. Oder meinst du, wir kommen rechts da lang? Oder müssen wir nicht außen rum? Ich glaube, wir müssen rechts lang gehen. Ach ja, stimmt, da waren ja eh diese Förderbänder, ne? Mhm. Shit ass. Oh, du. Komm, dann kriegt der erstmal nen Kettenblitz ab, ey. Und nochmal ein paar Schrotflinten hier. Bam. Ach. Jaa. Ich war das nicht ge匙drikt, oder? corrupt, wem Fingling will der vielleicht mal zivilisiert être Oportunity. Jaa. Jaa. Heya. Jaa. Ich muss noch einen Schluck trinken, ey. Wie? Wir kommen da jetzt nicht hoch, ey. Doch, doch. Aber das eine Laufbahn lief in eine andere Richtung noch. Hübscher Bankraub, da will ich mich mal nicht lumpen lassen. Jungs, hinterher! Jetzt versteckt das Geld. Sonst hören die Männer des Sheriffs nie auf dich zu suchen. Such ein geeignetes Versteck und meine Jungs holen es später ab. Keine Sorge, wenn alles vorüber ist, zahle ich dir sogar mehr, als du aus der Bank geholt hast. Hm, vergraben. Gratier dir Drecksviecher. Kommst du hierher? Bist du schon oben? Oh mein Gott, ja. Achso, ja, ich hab mich grad hier noch wirklich platt gemacht. Hm? Gleich da. Ach, gut, dass ich manchmal mein Raketenwerfer dabei hab, ey. Du machst links, nicht rechts. Oh, Ries. Jo. Alles klar. Ein Sinn fürs große Drama. Hat ein riesen Spektakel veranstaltet, das aus meinem Knast ausgebrochen ist. Hat ihn in die Luft gejagt und Jack und mir Rache geschworen. Meinte wir hätten ihn erst zum Banditen gemacht, weil wir seinen Köter umgebracht haben. Zwischen uns beiden sollte die Sache viel einfacher ablaufen. Guck wie der hier hängt. Haha. Na ich seh da grad gar keinen mehr. Achso. Ja. So, wo jetzt hin? Oh, wieder zurück. Wow. Wir haben's geschafft. Also wieder Laufbänder. Ist kürzer. Ja, ja, nein. Ja, ja, nein. Diesmal ja klar. Hm. Was ist denn hier noch? Boah, dafür, dass wir eigentlich so viel Wammel vor dem Level jetzt hatten, haben wir's eigentlich gut geschafft. Ja, ne? Und es lag jetzt nicht nur an deinem neuen Charakter, fand ich. Ne. Das war auch für mich so schon schwer, ein bisschen. Ja, allein, dass wir überhaupt so oft schon verreckt sind. Ja, nochmal welche, ey. Bist du? Ja, ich bin hier. Ja. Wozu sie das Götter? Ich wollte einen von über, denn ich ist das Kleine. Die erinnern mich vorher an Gollum, wenn ich so ankomme. An Gollum. Oh, da müssen wir unbedingt Muni holen, hab ja ja auch nicht mehr. Wir müssen außerhalb Lynchwoods nicht verfolgen, und ich ganz sicher auch nicht. Also, haut ab, rettet euch! Alter, hast du halt irgendwie Brand oder so gemacht? Nee, Blitz. Alter. Juhu, wir haben's geschafft, geschafft, geschafft. Muni joy! Jetzt guck ich noch mal was schnell. Nichts geht über einen guten Verkauf. Ja, lass uns aber vorher doch erstmal das dann mal beenden noch, die Mission. Mhm. Du hast meine Bank ausgeraubt, meine Stadt zusammengeballert und meinen Zug zerstört. Ja, das machen wir dann im nächsten Port. Main Street, Pistolen, zwölf Uhr mittags. Komm alleine. Ha, natürlich komm ich ja rein. Ich komm nur mit Dante, ne? So, dann würde ich mal sagen, dann haut rein, bis zum nächsten Mal, und ja, bis dennne, ne? Schön. Bis dann!